Mai-Kirmes 2024 in Nordhorn. Wie immer gibt es auf der Mai-Kirmes Neuheiten und auch beliebte Klassiker. Gleich zu Beginn, hier am Eingang, erstmals in Nordhorn dabei, die Hochgeschwindigkeitsschaukel Delirium. Eine rasanten Fahrt mit hohen Gehkräften. Untertitelung des ZDF, 2020 Schauen wir mal weiter was neu ist. Im Hintergrund das Riesenrad. Schauen wir mal weiter was neu ist. Jetzt ist auch das Laufgeschäft Feueralarm, das erst im vergangenen Jahr fertiggestellt wurde. Auf den vier Etagen gibt es zahlreiche Effekte und Hindernisse zum Feuerwehrthema. Machen Sie mit uns einen Rundgang über die Mai-Kirmes. Hier kommen wir zum Power Express, Breakdance Nummer 2. Die absoluten Rundfahrklassiker. Flotte Sprüche aus der Steuerkabine. Laufgeschäft, Be Partys Rundgang. Flotte Sprüche aus der Steuerkabine. In der binnenstehenden Rundgang! Das war's für Kiel! Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt sind wir alle wieder bei uns, ein und zwischsteigen wieder und gehen dann hier in eine neue Runde, das ging gleich schon wieder los, die alten Nieder. Hier links das Riesenrad, nach langer Zeit auch mal wieder in Nordhorn. Zahlreiche Attraktionen und Fahrgeschäfte für Kinder gehören wie immer ebenfalls zum Angebot der Nordhorner Maikermess. Darunter der Kinderwellenflug Cinderella, der Spider-Champ und vieles andere. Abgerundet wird das Kirmesangebot durch zahlreiche Stände mit Leckereien von der Bratwurst bis zur gebrannten Mantel. Dabei sein, immer wieder Gewinnerziel, Leute, Achtung! Untertitelung des ZDF, 2020 Der Autoscooter Speeddrive XXL feiert in Nordhorn seine Weltpremiere. Untertitelung des ZDF, 2020 Kurze Pause bei einem Glas Cola und hier die Achterbahn Supermance. Das Fahrgeschäft kommt aus Holland und verspricht Spannung und Sensation. In den drehenden Gondeln erleben die Fahrgäste mehrere Sturzfahrten. Das Fahrgeschäft kommt aus Holland. Das Fahrgeschäft kommt aus Holland. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Bingo-Spiele noch einsetzen. Heute wird gewonnen. Jetzt sieht er dabei sein. Neue Lose. Neues Glück, Leute. Jetzt die nächste freie Auswahl. Zehen heran an die Gewinne mal dabei sein. Leider nein. Und es wird gepumptet. Immer wieder die freie Auswahl daraus. Locker vor locker. Einmal einsetzen. Macht euer Spiel. Es wird gewonnen. Wenn du noch 100 Kuhl noch einmal bist, dann darfst du der Helmertschuss. Dann darfst du das besonders gut kommen. Alles, was du machen kannst. So, der Mann kann eben jetzt hier mitgemacht dabei sein, immer wieder gewinnen für Sieg. Hier gibt es wieder was zu essen. Neben den vielen Leckereien, gebackener Blumenkohl mit gebratenen Pilzen. Gebraten. Ja, jetzt geht es. Vielen Dank! Musik So, oh noch dafür! So, letzter Stabion, dann möchte ich in die Hand noch mal. Ein schneller als letzter. Hier sind die Ampli. Hier sind die Ampli. So, Anna, ich glaube! Die Mischung aus der alten Tradition und moderner Vergnügungstechnik ist einfach einmalig und macht die Maikermis in Nordhorn immer wieder zu etwas Besonderem. Untertitelung des ZDF für funk, 2017